Dach zusammen hier Garten-Helden. Hallo. Da sitzen wir wieder mal draußen im Hofmeet und haben uns was wichtiges vorgenommen. Wir wollen nämlich heute eine Porri-Tarte machen. Hast du zumindest vorgeschlagen? Ja, ich bin sehr lang genug. Ja, jede Menge ist da. Kommen wir uns doch mal einen raus und dann geht's ab in die Kriege. Porri ist schon sauber. Hier ist unser Blättertein, den wir nachher brauchen? Nein, das ist sogar ein ganz spezieller, hast du gesagt? Klich- und Tarte-Teig. Wie gab's fertig? Den gibt's schon fertig zu kaufen. Machst du das in deiner Praxis auch? Manchmal ja. Manchmal ja, wenn's denn gerne was geben. Nein, Teig ist ja nicht schlimm. Den kann man ruhig schon mal fertig kaufen. Na gut. Also wir haben Zwiebeln noch dazu, etwas Paniermeer brauchen wir nachher zum anschätzen. Knoblauch, dein geliebter Fertiger. Zwei Eier, Speck, Creme Fraiche und schön ein bisschen Käse zum drüber streuen. Genau. Ja. Jetzt muss ich das besser kommen. Jetzt nehmen wir unser Creme Fraiche. Ja. Ja. Und unser Eier. Mhm. Zwei Stück. Mit Unser Auge. Ja. Dann verrühren das mal. Lassen wir einmal schauen. Ja, ja, ja. Hier holen wir ein bisschen Öl dabei. Dann merken wir mal gleich, wie eine Tarte wäre. Warum kommt das Paniermeer da jetzt rein? Ach, das Öl selber reicht nicht auch. Im Kühre, egal. Vom Kohl. Machen wir ein bisschen Öl rein. Dann machen wir ein bisschen den Knoblauch. Dann ziehen wir unseren Lauch rein. Dass es schmeckt. Das ist gut gemacht. So, fertig. Dann haben wir unseren Lauch. Den schütten wir jetzt hier in die Schüssel rein. So, wunderbar. Also könnte man eigentlich jetzt schon essen. Gut, ich kenne sonst rein. Dann werden wir mal entspürzen. Ja. Temperatur ist erreicht und na denn. So. So. Also ich finde ja die Tarte immer am schönsten. So, jetzt machen wir die Tarte. Wow. Das sieht doch gut aus. Und. Stark. Und guck mal auf den Tellerchen. Und ups. So. War ihnen anders passiert. Wer einmal schauen mag. Sieht gut aus, ne? Auch drin. Ich will das schon probieren. Ja, das schmeckt. Tja. Dann mal guten Appetit. Ist genehmigt. Guten Appetit. Ist genehmigt. Guten Appetit. So ist es heiß. Oh ja. Grüße Kuhle. Grüße Kuhle. Auch auf euers. Und raus in den Garten den Porree holen. Und rein in die Tarte. Lecker, 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 lecker. Wir sehen uns. Musi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020